So, eine witteschöne Gute Morgen, mein Lieber! Auf der Katze, mein neues Fleur. Und ihr seid euch in England in Dover angekommen. Also bei London, beginnend in London. Deshalb gewösser Dover. Das habe ich schon, ähm, 8.40 Uhr, glaube ich, da. Weil heute ist die Uhr verstanden. In England ist ja auch anders. Und, äh, wir haben jetzt noch einmal... Wir haben jetzt noch einmal 40 in Deutschland. Ja, bis 8.40 Uhr in England. Ja, du hast verändert. Und, ähm, ja... Das ist jeweils auch super. Wir gehen jetzt gleich in Bruchstücke bei DEC9. Ausflüge darf ich ja nicht vermeiden. Weil erst heute ab, wenn wir im 9.20 Uhr wieder starten. Und danach geht's wieder weiter nach Paris. Und dann, äh, vielleicht trinken wir uns ja zu Schauer. Oder was anderes. Und, äh, vielleicht trinken wir uns ja eh zu Schauer. Lass mal gleich mal zu kurieren. Und nicht mal so rumalbern. Mach ich ja nicht. Mach's dir die ganze Zeit. Nein. Und, äh... Ja, ja, also... Ich geh jetzt noch gleich Bruchstücke. Und danach geh ich zur Kabine. Und danach geht es so... Es gibt einen, der Gesetzgeber endlich mal frei, wegen Halloween. Äh, Oma, die... Nee, ich bin jetzt auch mal dran. Also, wie bescheuert ist das? Man muss ja die... Also, jetzt wird echt nicht... Aber es ist Deutsch. 8.41 Uhr jetzt. Bei Deutschland ist es 9.41 Uhr. Und, äh, wir haben ja Zeitverschiebung. Und, äh... Es ist Reformationstag! Martin Luther! Ja doch! Aber bundesweit! Ja, warte noch! Ja, warte noch! Oder nächsten Tag schön aufbrennen... Und... Und... Alle heißen! Und jetzt lass doch mal! Ja, wieso haben wir das nicht? Was? Ja, ich... 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 Na, warte noch! So, hier... Ich... 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 Warte noch mal! Ich... Was ist das? Ich... So, was ist das? Das ist besser! So, wir sind jetzt auf den einen Hafen. Heute Abend will ich wieder starten. Du kannst dich gleich weglesen. Die schöne Top-Tien! Hallo! Hörig! Ja, hätte er am Anfang auch nur... Die Säulen schon aufblöken! Hä? Was ist mit den Sachen hier, die im Bett rumliegen? Aktuell 41 haben wir jetzt und in Deutschland haben wir jetzt 9 Uhr 42. Und da sind wir im England, da, da, hier, da sind wir, in Dover. Dann sind wir in Frankreich, dann sind wir in Spanien, dann sind wir in Santiago, dann sind wir in Portugal, Lissabon und danach sind wir in Cacanara, auch andere Uhr, Zeitverschiebung. Lukas, du weißt du, Lukas, du weißt du. Kuss. Matsi, mal lass doch mal. Lass dir doch mal. So, es sind drei jetzt da in England. Aber es ist auch ja ein Linksverkehr, es ist wie bei Thailand oder bei Australien, Neuseeland und in Japan und China, aber China ist ja das Verkehr. Ja, also wir machen es ums. So, also, das war's dann mit Lukas. So, ob euch das Video gefallen hat, gibt's Daumen nach oben. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann macht euch Daumen nach unten und abonnieren. Mein Kanal ist immer kostenlos und dann wisst ihr uns erst wieder bis morgen wieder. Und dann mit dem ja. So, das war's dann. Bis zum nächsten Mal,ger grad. Tschüss, sülippen.